Ja, Lanz zahlt 11. Okay, pass auf, ich setze gleich mit 20. 20! Ah, NDR Talkshow 12,50. Nee, die sind drunter. Die haben das nicht verstanden. Was? Günther Jauch ist wieder im Spiel. Der macht eine neue Sendung und bietet 30. Ich biete 50 dazu, komm! Ich will ihn, ich will ihn! NDR Talkshow 51,50. Äh, Moment, ich leg noch einen Cent drauf. Da, du hast ja noch 20. 21 Cent. Lanz wieder, halt, Lanz wieder. Lanz mit 70, oha. Das können wir uns nicht leisten. Doch, komm mal drauf. 2, nee, du bist weg. Nein! Ja, 17 ist mega. Ja, wir haben 72,21. Lasst euer Geld stecken. Ich nehme die 72, das ist super. Und wir sprechen uns bei TalkDart.